Tag, ich bin der Danny, der Spotleiter von Bredenort und ich suche dich als neuer Lkw-Fahrer. Bei Bredenort ist man viel mehr als Lkw-Fahrer. Man baut die Sachen auf, schließt die Sachen an und gibt den Kunden an Einweisung. Du kommst deutschlandweit auf verschiedene Plätze, schöne Events, große Sportveranstaltungen, Industrie, aber davon wird der Kühlschrank nicht voller. Deswegen bietet Bredenort dir das folgende. Ein attraktives Monatsgeld, Übelstunden mit 50% vergütet, Sonnen-, Nacht- und Feiertagspflege, Urlaubsgeld und Mitspracherecht bei der neuen Lkw. Und du bekommst natürlich eine Top-Einarbeitung und ich bin immer für dich da. Jetzt liegt's an dir. Bewerb dich! Bredenort Bredenort